Jo und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 18 Folge Freundschaft Session mit den lieben Jannik. Hallo Jannik. Hallo Steffen und hallo Leute die das Video schauen. Guten Tag, ja wir sind nicht in der dritten Bundesliga, sondern in der zweiten Bundesliga, genau. Wir spielen heute in der zweiten Bundesliga, mal schauen wer hier der Gewinner sein kann. Ich habe ja die dritte Bundesliga bei FIFA 18 gewonnen, mal schauen vielleicht kann Jannik mich diesmal schlagen. Oder ich gewinne den zweiten Titel. Na ich würde mal sagen, dann einmal nach rechts drücken bitte. Ja. Und stopp. Heidenheim gegen Kiel, das ist eine Begegnung. Mal gucken. Auf Augenhöhe. Von den Stats sieht es eigentlich gut, ja. Für dich besser aus irgendwie. Gegen Kiel, schalten wir es kurz mal auf und schon kann es weiter gehen. Super, beide rote Trikots, yay. Ja, so sieht es gut aus, wahr? Rot gegen schwarz. Mir ist egal. Ja, mach nimm du das, genau. Gut, dann geht es jetzt auch los und herzlich willkommen zum ersten Freundschaftsspiel. Der zweiten Bundesliga. Molten World, was ist denn das für ein Stadion? Keine Ahnung. Die Frage ist, die Frage ist, ob haben wir eigentlich eine neue Session schon angefangen? Äh, ja, haben wir. Ich bin der Meinung. Ja? Haben wir seit letztem Mal nicht weiter gespielt, denn? Nein, es ist jetzt eine neue Session, also das heißt, dass wir beide noch null Punkte haben. Ja, muss so sein. Weil das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Schön durchkombiniert. Jetzt Heidenheim mit vier Platz. Ah, der ist so langsam, der ist so langsam. Oh, was für ein Flugkopfball, Digga. Tschüss. Die erste Torchance nach drei Minuten für den FC Heidenheim gegen Kiel. Ach, der Fettchen hat. Ja, was weiß ich los. Abseits? Alles klar. Lol. Alles klar, wo ich bitte. Muss mal ein bisschen lauter machen, mein Headset. Lass ihn flanken, lass ihn flanken. Ach. Ach, schade. Oh, der war, der stand da noch. Wäre aber abseits gewesen. Ach. Schade. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Das kann er definitiv besser. Schöner Ball. Ach, komm. Stimme Leverenz. Rufster. Uff. Okay, kein Abseits. Ah, das steht ja gar nicht. Uh, 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 das war... Was für ein Zoll war denn da gerade? Ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nicht, dass du allein am Ball warst. Sehr schön. Hä? So muss das sein. Was war das denn gerade, Alter? Ich hab den Ball berührt und trotzdem fliegt er ans Tor. WTF. Mit dem Tor hat hast du ihn berührt? Bei mir außer sich hat mein Spieler den noch berührt. So, 1 zu 0 in Führung mit. Holzbein-Kiel. Spaß, Holstein. Was ist denn los mit dieser Mannschaft? Ohne Witz. Das könnte die Chance werden. 2 zu 0. Oh, haha. Da läuft das Häschen, Alter. Von... Ah, die haben sogar ein Lotto auf dem Arm als Sponsor. Vom guten Durksch, oder wie der heißen soll. Ja, vom Durksch. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Und bei meiner Mannschaft stimmt ja mal ja nichts hier. Was macht der denn? Boah. Ich glaube, den hab ich sogar gerade geschossen aus Versehen. Kann das sein? Dann hätte ich ja Eckball bekommen. Oh. Ich hätte meinen Torwart ausgewechselt, wenn er den nicht gehalten hätte. Mann, was sind das denn für Pässe? Jetzt mal ohne Spaß. Mein Ziel ist es, das zu 0 zu halten. Ein Gegentor zu kassieren. Alter. Was sind das denn für Pässe? Jetzt mal ohne Spaß. Sehr schön. Ohne Witz, Alter. Boah, der war gut. Lecker. Köst sich meine Freunde. So ein Drecksverein ohne Witz, Alter. Da macht echt FIFA keinen Spaß mehr. Und soll mal gucken. Ah ja, der sah lecker aus. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Was? Ich war schon zweimal geblockt und der hat den... Ja, moin. Okay. Ah, ich hab Black Screen. Was ist los? Nasenbluten. Ich hab Black Screen. Ja, ich hab Black Screen. Deine Mannschaft spielt hier komplett weiter. Was willst du? Stopp, ich hab Black Screen. Ja, ich kann Tasten drücken. Warte, jetzt hab ich nichts mehr Black Screen. Hauptsache schießt fast ein Tor. Ja, alles klar. Warte mal. Alter, was ist denn das für ein Schiedsrichter? Ohne Witz. Der ist doch gekauft. Schöne Zuspiel. Ja, 3-0. Scheiße. Zu lasch. Alles klar. Du hast auch hier Barcelona, wahr? Ja, Barcelona, Kiel. Alter, mein Spieler ist verletzt da unten. Da siehst du natürlich nie so gut aus bei einem Eigentor. Ich glaub, ein Spieler ist verletzt da einer. Black Screen. Du wirst nie das Gegentor verhindern und dann pass jetzt. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Alles klar und wieder gibt's keinen Freischuss, Alter. Was ist das denn? Ich krieg hier die eine gelbe Karte nach dem anderen. Und, ähm, du kannst hier machen, was du willst. Ups. Na endlich. Meine Fresse. Und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Ah, ärgerlich. Er fälscht den Ball ins eigene Tor. Aber Woll, das kann passieren. Der Bude jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. 4-1 jetzt also. Wollte der aber eigentlich gerade genau nicht hingehen, aber na. Er spielt den Pass auf den Flügel. Uah. Sauber vom Ball getrennt hier. Sauber vom Ball getrennt, was willst du? Weil der hat ja mal den Spieler so, der Controller hat so vibriert gerade. Jetzt ist Schluss für ihn. War nicht sein Tag heute, muss man so sagen. Ja, er hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gefunden. Insofern war dieser Wechsel absehbar. Da will er den weiten Ball spielen, aber er kommt nicht absehbar. Das ist nicht traurig für eine Zweitligist-Mannschaft. Ach, schade. Ich habe noch ein bisschen mehr an. Claudia. Gute alte Claudia. Also ich will nicht wissen, was deine Mannschaft für eine Füße hat, Alter. Verliert sie jeden Zweikampf. Mann, spiel doch. Ich dachte, ich würde nicht gut spielen. Ich habe gedacht, weil sie ein paar Punkte schlechter sind. Dass sie das nicht so reißen, aber die gehen ganz gut ab. Die Punkte in ihr, ey, bei FIFA haben mir nichts zu sagen. Ich verstehe es nicht, Alter. Selbst lüpfen kann der nicht, der Junge. Nein, auch Fett fingert schon wieder, ey. Das gibt es doch nicht. Was regst du denn eigentlich auf? Ich glaube, es steht 4-1 für dich, Alter. Und ich höre dich nur noch rummeckern. Ey, du hast auch schon gemeckert, als du mal in Führung gelegen hast. Ich meckere mich beim 4-1 rum. Also bei den 7-1 hast du dich auch ein bisschen gemeckert, dass du ein paar Tore mehr schießen könntest noch. Also den einzigen, den ich da gehört habe, das war ja wohl du hier, wa? Mit den schönen Ausdrücken. Ja, stimmt. Die, die weggeschnitten werden muss. Ja, da kommt man sich auch nur noch aufregen. Ach, so eine unnötigen Bauverlust hier gerade, ey. Ist klar, jetzt lüpfst du, wo ich Dreieck drücke. Ist ja auch für ein siebtes Weltwunder hier. Ach, scheiße, schon wieder. Naja, was soll's? Gewonnen 4-2. Kein Leben. Schönes Spiel. Na, schönes Spiel würde ich ja nicht sagen. Naja. Gut, ja, 4-2 verloren, was soll man dazu sagen? Also, ich weiß schon mal, wer in der zweiten Liga als Absteiger feststeht. Und, ja, wünsche euch noch eine schöne Folge. Ich guck, fährst du nie wieder nach Eisenheit, nein, was? Das würde ich nicht sagen, aber... Naja. Ich glaube, kann ja nichts dafür, dass die Mannschaft so scheiße ist, aber... Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut herein, bis zum nächsten Mal. Tschö mit ö.